Hallo Leute, neuer Tag, neuer Spaß. Herzlich willkommen hier in der Tempelanlage Römergräber. Sehr schön hier über Seenheim alles und ich zeige euch das jetzt mal hier ein bisschen, ein kleines Video, weil ich habe davor schon ein Video gedreht, da war ich beim TÜV gewesen mit dem Motorrad. Könnt ihr mal reingucken, das Video werde ich euch verlinken. Ich war jetzt hier schon ein bisschen rumgelaufen, die Aufnahmen will ich euch jetzt hier in dem Video sehr gerne zeigen. Es ist sehr schön hier heute, weil es ist nicht zu warm und nicht zu kalt. Schön bewölkt, also für mein Motorrad zu fahren ist halt gut, ich habe hier ein T-Shirt dran. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal schön die Aufnahmen, da könnt ihr mal gucken. Viel Spaß damit! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Alles wieder sauber hinterlassen, wie es sich gehört. War sehr schön. Ich hoffe, die Aufnahmen haben nicht gefallen. Ich fahre jetzt heim, weil es sieht ein bisschen nach Regen aus. Ich habe keinen Bock, gestern nass zu werden. Aber aufs Jahr, das Video ist gut geworden. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zabeisein.